Jetzt kommt es bald, es kommt bald. So hat mir heute ein Kind gesagt, dass Jesus jetzt kommt. Es ist nicht mehr lange. Am 25. ist der Geburtstag Jesu. Und diese Freude, die diese Kinder haben zu Weihnachten, die drückt auch die Kirche aus. Jesus, schon naht das Fest der Geburt deines Sohnes, der aus Maria der Jungfrau Fleisch angenommen hat, um unser Los zu teilen. Wir bitten dich, dein ewiges Wort komme und wohne unter uns mit seinem Erbarmen, unser Herr Jesus Christus. Um unser Los zu teilen. Weihnachten ist also das Fest zu entdecken, Gott kommt, um mit dir dein Lebens Los zu teilen. Mit dir zusammen zu sein. Mit dir eins zu werden. Und deswegen ist dieses Weihnachtsfest, diese Bereitung unseres Herzens, unserer Entscheidung, uns zu überlegen, worauf hin zielt mein Leben? Und das gilt es zu entdecken. Es zielt darauf, Gott kommt in mein Leben, damit ich ganz in sein Leben kommen kann. Und wir beten am 4. Adventssonntag, durch die Botschaft des Engels haben wir den Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Liebe Freunde, dass wir jetzt heute so knapp vor Weihnachten, vor der Geburt vom Leiden und Kreuz sprechen, zeigt den unglaublichen Realismus der Kirche. Denn schon heute schauen wir letztendlich aufs Kreuz und auf die Auferstehung. Deswegen kommt nämlich Jesus in die Welt. Wir fragen immer, warum kommt er denn eigentlich? Ja, er kommt, um dich zu erlösen von dem ganzen Schlamassel, in dem du gerade vielleicht steckst. Auch mit diesem Erschlagensein. 25. bis zum 1. Jeden Tag neu rufen wir in der Liturgie, heute ist uns der Heiland geboren. Wir haben also viel Zeit, dem Herrn die Ehre zu erweisen, ihn in uns zu lassen. Nutze die Zeit, genieße es mit deiner Familie, aber genieße es auch mit Jesus. Denn er kommt und er weiß schon mit der Geburt, dass das Kreuz sein irdisches, zeitliches Ende ist. Und dass für uns die Auferstehung auch unseren Tod überwindet. Und deswegen ist wirklich Weihnachten dieses Fest der Freude. Wir erwarten ihn. Advent heißt erwarte ihn. Deswegen noch die kurze Adventszeit, seid gesegnet und genießt dann die Ankunft des Herrn.